Karel, du bist heute unser Gast. Und da darfst du dir etwas wünschen. Komm, schau dir das an. Das haben wir alles für dich hier aufgebaut. Alles für mich? Dir zu ehren. Ja, das sind Originalmotive aus deiner Heimat. Ja, echt? Ja, aus Böhmen und mehr. Haben wir aus dem Völkermuseum haben wir das alles herausgezogen. Komm, setz dich. Gibt es irgendein Lied, Karel, was du vielleicht heute hier in unserem erlauchten Kreise gerne trillern möchtest? Ja, es ist ein, wie sagt man bei euch, ein Weinlied. Na, da gibt es viele. Ich trink den Wein. Oder vielleicht, ja, ja, der Wein ist gut. Ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt. Es ist ein Lied. Also, wenn man das bei uns singt, dann weinen alle. Du meinst ein trauriges Lied. Ja. Und an was für eins hast du gedacht? Du kannst vielleicht ein märisches Volkslied. Tece voda tece. No, Karel. Tece voda tece. No, Karel. Tece voda tece. No, K 리랑. Nein, kein v judge, mira Burton. Nein, kein v Untertitelung des ZDF, 2020 Schöne Musik, richtig schöne Musik, habe ich schon als Kind gemacht und wenn da noch die Blasmusik durch die Gratowska marschiert ist, dann bist du ans Fenster gelaufen. Was hast du ans Fenster? Ich bin mitmarschiert. Du auch? Was, du auch? Ja. Komm, Karel, mach mal Blasmusik. Hast du das Stimmen? Ja, hab ich. Na, das wissen wir, dass der eine Stimme hat und was für eine. Moment, nein, du brauchst eine zum Blasen. Aha. Aber nicht das Ganze, muss man auch ein Stickel geben, nicht so raffen. Hör mal, du bist ein Knauserer. Na, warte mal. So, da hast du ein bisschen. Und jetzt gibst du schon den Ton an. Moment, ich muss mich auch erst einblasen, ja? Was heißt 3-4 auf Tschechisch? 1, 2, 3, ha! Das ist sehr hoch, ja? Kannst du dich ein bisschen tiefer machen. Kannst du da kleine Nettetchen geben? Das ist ein bisschen einstrengend. Rosamunde, schenk mir dein Herz und ein Jahr. Rosamunde, frag doch nicht erst die Mama. Rosamunde, glaub mir, auch dir bin ich freu. Denn zur Stunde, Rosamunde, ist mein Herz gerade noch frei. Rosamunde, schenk mir dein Herz und dein Kopf in den Tatschken aus der schönen Tschechkos-Rollakai. Rosamunde, frag doch nicht erst die, die Rosa, 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 Rosa. Rosamunde, glaub mir, auch dir bin ich freu. Denn zur Stunde, Rosamunde, ist mein Herz gerade noch frei. Denn zur Stunde, schenk mir dein Herz und dein Herz und dein Herz und dein Herz und dein Herz. Die Welt ist schön, der Gott singt schön, wir wollen noch nicht nach Hause gehen. Rosamunde, schenk mir dein Herz und 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 dein Gott sei Dank! Ich meine, herzlichen Dank, lieber Gott! Entschuldigung, lieber Karel Gott! Nein, ist ein lieber Gott, ist ein guter Gott, du guter Gott! Der Karel ist eine echte böhmische Spezialität, wirklich wahr!